Die Weltherrschaft ist zum Greifen nah! Ich sollte aber echt mal auf Energie aufpassen, Autsch, Aua, ne, gut, Autsch, Autsch, komm schon mein kleiner Wuffi, ach immer diese kackblöden Raketen, die nerven, wie Autsch, wie Autsch, 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 was ist das für ne rote Flüssigkeit, die da aus meiner Pfote tropft? Und noch mehr Autsch, Autsch, ich muss echt aufpassen, es tut sich ja irgendwann richtig gut weh, Aua, so wie jetzt zum Beispiel, Vorsicht, Dücke, eine tiefe Brücke, okay, ich muss mal dücken, tiefe Brücke, aber eigentlich sollte ich auch da durchpassen, auch ohne, dass ich hier ein Schild aufbaue, Aua, hey, bin ich der Spielentwickler? Nö, toll, weiter so, mach ich gerne, ich versuche alles, Pole, komm her, Bams, Bams, Autsch, komm schon, Bams, Bams, Autsch, komm schon, Bams, Bams, Autsch, komm, ach, sieht man diese blöden Raketen, das schafft man, das schafft man, komm schon, Stücke noch, ich hab noch ein bisschen Energie, komm, das schaffen wir noch, das war knapp, na du, Autsch, 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 oh, oh, ah, 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 nein, 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 alles weg, alles weg, alles weg, okay, aber, Springen und was? Hoffentlich tauchen wir an, au, guter Save-Board, na dann, komm und sag, was ihr könnt, Ah, links, rechts, na dann machen wir halt die Action, links, rechts, oh yeah, oh, da bist du rechts, links, rechts, Autsch, Autsch, das war nicht so gut, rechts, links, rein, doch, rechts, links, Autsch, was ist denn das, links, Autsch, Autsch, ich muss mir auf den Hund aufpassen, der wird noch alle weggeballert, komm schon, ein Stück haben wir noch, ein Stück, oh, perfekt, so, nach links ausweiten, dann nach rechts, dann wieder nach links, dann wieder nach rechts, so, mein Bowl, der ist ein richtiger Rollhund, Autsch, 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 das war nicht so gut, ahhhh, okay, hier muss ich, hier muss ich, hier muss ich aufpassen, Jungs, Mädels, hier muss ich echt aufpassen, hier geht nur Mitte vorwärts, hier geht nur Mitte vorwärts, komm, wir schaffen das gleich, komm schon, ein bisschen, haben wir gleich geschafft, komm schon, aua, oh yeah, baby, wir haben es geschafft, Jungs. Oh, nee. Noch eine Brücke. Autsch. Na, toll. Egal. Aber Brücke weg. Wir sind vorne. Vorne. Läuft. Och, nö. Oder? Jetzt kommt auch noch eine... Oh, nee. Ich glaube noch ein Heli. Hallo, Heli. Kann ich dich wegbellen? Wie schaut's aus? Na, du. Heli. Bleib brav. Ganz braver Heli bleiben. Nicht? Ja? Was ist los? Ah. Ah, schießt mir auch Raketen. Wohl mit Löchern hier. Ja, wir bellen nächstes Löcher rein. In den Heli rein. What? What? Bist du mich verarschen? Jetzt kommt noch ein Maschinengewehr. Wer auch noch? Na, toll. Okay, ich hab mich vielleicht ein bisschen überfordert. Wir müssen den Heli taktisch erledigen. Komm her, mein kleiner Heli. Komm her. Komm, 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 komm. Zeig, was du kannst. Komm her. Wir wollen bellen auf dich. Warte mal. Schießt du als erster? Ah ja, stimmt. Rückfallen lassen. Komm, schießt doch schon. Komm, was ist los? Dann nach vorne rennen. Ah ja. Takti, stattdisch, Junge. Huh. Und bämms. Ah ja. Den ersten Schlag. Na dann, flieg mal wieder weg. Der nächste Raketenschauer kommt ja schon. Komm, schieß mal lieber. Ja, ich weiß. Ich muss warten. Nach rechts und nach vorne. Und jetzt, komm schon. Nach rechts und weiter nach vorne. Ah, das war nicht so gut. Aber egal. Bämms haben wir gemacht. Bämms, ja? Du bist gleich im Arsch, mein kleiner Heli. So. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, was denn jetzt? Wo ist jetzt das Maschinengewehr? Wirst du mich verarschen? Okay, aber jetzt, oder? Nicht? So, jetzt aber, Mr. Rache ist Blutbohren. Komm her, jetzt kannst du. Komm her aus mit deiner Multimitglaterne Maschinengewehre. Ich würde dich wegbämmsen, Junge. Ich würde dich wegbämmsen. Komm her. Trau dich. Trau dich. Trau dich. So. Ja, bämms her. Komm noch. Komm her. Trau dich doch. Komm wieder mit. Blöden Raketen. Bämms. Fällen. Huh. Dies ist mal kein Maschinengewehr. Schade, aber auch. Großartig. Bolt. Ja, so muss das sein. Aber irgendwie fehlt das. Und hier. Schade. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Heli kaputt. Na dann geht es ein Stückchen weiter. Und wir werden mal gucken, was wir so reißen werden. Und nicht. Ja. Ka company. Ja. Ja, haben wir uns geschafft. Juhu. So. Na dann ab in den Dschungel. Und lass uns ein paar Skelette finden und fressen. Dad ist irgendwo da oben. Komm mit. Ich muss einen sichereren Weg da rein finden. Sie gehören dir Gold. Viel Spaß. Oh ja, das werde ich haben. Ich bin so ein kleiner Schnuff. Der wird schon alles wegbälzen. Bälzen, ja. Alles wegbälzen. Na, guck mal, was man hier so findet. Oh, ist die schöne Umgebung, eh. Jump, jump, mein lieber Hund. Oh yeah. Oh, scheiße, scheiße. Autsch. Oh man, hier sind lauter Mine. Ich glaube, die muss ich mal wegbälzen. Hallo Mine. Na du. Oh yeah. Na, habe ich ein Skeletter zerstört? Hat sich so angehört? Hey. Wuff. War's das? Oh man. Oh man, immer diese schönen Mine. Woh. Ich hab keinen Bäller. Egal. Na, mach mal. Boom. So eine lammarschige Mine. Gibt's hier irgendwas? Nö, schaut nicht so aus. Na, na, guck mal. Mal weiter hier. Na, ihr wo? Oh man, niemal dieses Gebrügel. Der Hund fährt euch der Bellen. Ich sag's mir, wie's ist. Na, komm, der? Komm her. Wuff, wuff, wuff. Bäm, soll ich rein wie ein kleiner Flummi. Bäm, oh ja. So, jetzt haben wir dich aber auch. Komm, du letzter Mann. Ach, Gott sei Dank. Ah, einer ist noch da. Arzt. Tschüss. Ach, immer, dieses anstrengende Gebelle. Ach, eben der. Oh man, da kommen noch welche. Aber erst mal einer. Oh. Passt du gut. So, na ihr? Hol euch. Na, bleibt doch da. Hol die schon. Habt ihr gleich. Komm, komm. Gib, gib. Und, mhm. Schön. Alles nur abdehnen. Und alles wegbämsen, was nur so geht. Mein Baul wird immer stärker. Weil ich kann jetzt auch Götterhund. Ja, dann gibt's hier Götterhundespeise. Götterhundespeise. Ja, Götterhundespeise. Och, jetzt könnt's schon wieder jumprunnen. Ich mag das nicht. Aber erst mal eine Natschi holen. Ach, tut das gut. So. Gibt's da drin auch irgendwas? Wo muss ich denn überhaupt hin? Okay, ich muss da auch. Ja, gut so ist es dann. Aber so komme ich nicht hoch. Schade. Na dann, zurück. Und rauf auf den Berg. Na, mein Boot. Lauf ein bisschen. Du brauchst ja ewig. Komm schon. Spring, spring. Jumpy, jump. Und mein Wuffi-Wuff. Warte los bei dir. Ach, schönes Ding. Ja. Komm, komm. Okay, ich muss da rüber. Und. Hop, hop. Oh Mann. Huch. Hab ich gesagt, ich lieb dieses Jump'n'Randle. Eigentlich nicht. Ah, egal. Und die. Wir schaffen das schon. Ganz, ganz hoch. Wir schaffen das. Steck für steck. Und. Und. Anlauf. Und. Jump, jump. Oh Mann. Ich verkack's doch jedes Mal. So, jetzt aber. Hop, hop. Oh ja, wir haben es geschafft. Oh nee, oder? Jump. Oh Mann. Nein, 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 nein. Okay, dann halt noch einmal. Jump, jump. Uh, uh. They love it. They love it. Komm, gib mir Energie noch für. Puh. Erstmal. So muss ich sagen. Komm mir immer lieber, wuffi wuff. Och, ich hasse diese Jump'n'Rand. Komm schon. Im Anlauf. Vielleicht. Und. Jump, jump. Nein. Gott sei Dank ist ein Safe-Punkt. Gott sei Dank. Nein, nein. Nochmal. Jump, jump. Yes, Pige. Hund, du bist der Meister. Paul, du bist der Meister. Dann durch die Laserstrahlen. Ist doch easy, oder? Und. Jump. Hui. Und. Na du. Jump. Na, was gibt's hier sonst noch Schönes? Da einfach rüber, oder? Okay. Ganz einfach. Easy durch. Wups. Oh, wups. So, gibt's hier noch was? Nö? Schöne. Na dann jump. Ah, was? Was? Wie? Warum gehen die jetzt auf? Alles klar, Digger. Na dann durch hier. Da noch ein bisschen durch. Und da drüber. Schönes Ding. Ah, nein. Warum gehen die jetzt schon auf? Das war vorher nicht so. Was soll denn das? Ah, ah, ah. Wie kann ich denn hier drüber? Ah, 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 ah. Das ist ja so scheiß Laserstrahlen. Ähm. Kann ich mich eigentlich auf der Seite vorbeischleißen? Ah, probieren wir es mal aus. Es geht nicht drauf, es geht nicht drauf, es geht nicht drauf. Die Laserstrahlen erwischen mich auch nicht. Yes, Baby. Oh Mann, jetzt packt es schon wieder rum. Oh nein, jetzt kommen diese Backfische. Okay, Backfischverkloppen. Yes, ah. Pams. Yes, Baby. Ich hab den Nimm-Nücho. Hund, äh, Nimm-Nücho. Ja, den Hund und den Nücho. Kommt her. Ich werd euch wegbellen. Oh yes. Und jetzt komm, flieg mein Lieber. Oh yeah. So, ich hasse diese Backfische. Kommt, haut ab. Ich will euch nicht. Hau ab, du Grafik-Back. Tschüss. Meine Güte. Nein. Okay. Nein, nicht schon wieder diese Minen-Monster. Sprich nicht doch selber in die Luft. Oh, er hat sich selber in die Luft gesprankt. Ich glaub, wir haben alle geschafft. Loll. Na, darf ich da hoch? Aber erst mal einer. Gedanken, wir haben so wenig. Komm, bässe mich wohl. Du musst da auf der rechten Seite voll werden. Sehr schön. So, geht's da auch? Kann ich da auch rein? Warum kann ich da nicht rein? Ich will da rein. Hey. Ich will da rein. Ich will da rein. Junge. Scheiße. Ja, ich weiß schon, was wieder wird. Jump, run. Na, toll. Okay, wir probieren's einmal. Wir probieren's einmal. Komm, jump, jump. Uh, das war knapp. Na, dann hoch da, hoch da. Und darüber. Anderwand dran. Und. Okay. Und wo muss ich jetzt lang? What the fuck? Wo muss ich... Oh, nee, oder? Oh, nee. Oh, nee. Aber ich würd sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Euer Cheapy Crazy is real. Und sagt... Dü, dü, dü. Aber nicht vergessen. Liken, teilen, abonnieren. Und noch weniger vergessen. Das ist wohl das auffälligste Projekt, was ich immer auf meinem Kanal hab. Es kann so anscheinend, dass ich mal ein paar Monate Pause mach, deswegen. Aber mein Hund freut sich jedes Mal, euch wiederzusehen. Also, nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Schnuffi Schnuffnuff sagt Tschüss. Und Bell out. Wuff. Juhu. Ciao. Den will ich. Komm, Kleiner. Du bist ja schwer. Und schnapperig.